Nummer 14 und 15 Ja, aber als es dunkel wurde, kam das Gewitter. Wir mussten dann ziemlich schnell einpacken. Wir haben aber besprochen, dass wir uns im nächsten Monat nochmal treffen wollen. Wir wollen ja auch noch darüber reden, wie man den Hinterhof grüner machen kann, wer welche Pflanzen und Blumen besorgt, wer weitere Ideen hat. Habt ihr schon einen Termin ausgemacht? Ja, nächsten Monat, am ersten Samstag im August, ab 15 Uhr, wieder im Hof. Da bin ich ganz sicher dabei. Ich hoffe, dann ist das Wetter besser.